Hallo Investoren, hallo Trader. Herzlich willkommen zu unserem Format Aktienanalyse neu gedacht. Heute geht es um die 100 besten Aktien der Welt und um eine Pharma-Aktie, die sich aktuell auf Platz 1 befindet. Zuerst will ich euch mal kurz zeigen, wie wir heute vorgehen, was ihr zu erwarten habt. Ich zeige euch kurz, wie ich auf die Aktie aufmerksam wurde. Wir gehen auf das Unternehmen im Allgemeinen ein. Dann schauen wir uns die Segmente, das Geschäftsmodell an. Wir sehen uns den Trader Fox Qualitätscheck an, die Wachstumsaussichten, die Risiken. Ich sage kurz meine eigene Meinung. Wir gehen auf den Chart ein und zum Schluss seht ihr noch ein Für und ein Wieder. Wenn ich nach Unternehmen suche, in die ich investieren will, dann sind mir zwei Dinge besonders wichtig. Ich will Aktien finden, die eine relative Stärke zum Markt aufweisen und dann will ich, dass diese Aktien eine stabile, fundamentale Datenlage aufweisen. Hierbei nutze ich ganz gern unseren Aktienqualitätscheck von Trader Fox. Dabei verwenden wir insgesamt 15 Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Qualität von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist die Tatsache, dass diese 15 Kriterien, die zeige ich euch dann auch später noch, ja immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Und zwar nach dem Prinzip, eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als zum Beispiel 70 Prozent aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitätscheck, der soll uns Anlegern einerseits helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren, andererseits ist ja dazu gedacht, um auf hervorragende Investmentchancen aufmerksam zu werden. Ja und wie ich nun die 100 besten Aktien der Welt finde, das zeige ich euch jetzt im ersten Schritt. Da melde ich mich wie immer bei TraderFox.de an. So seht ihr jetzt hier, oh jetzt bin ich genau jetzt hier, dann klicke ich auf das Tool Paper. Hier sind ja unsere verschiedenen Tools. So dann seht ihr hier unten schon Paper. Ja und unsere Aktien Reports, die erscheinen täglich beziehungsweise wöchentlich und bieten eine regelbasierte Aktienauswahl. Die Top Aktien dieser Reports sind dann in der Regel, naja entweder zum Kaufen oder zum Traden ganz gut geeignet. Um auf das Tool zugreifen zu können, da benötigt ihr neben unserer Software das Morningstar Datenpaket. Infos dazu findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. So und ich wollte euch eigentlich jetzt nur mal kurz die 100 besten Aktien der Welt, die sind ganz oben. Ich mache es mal auf, dann seht ihr, welche Aktien aktuell so in Frage kommen. So auf Platz 1 Vertex, Platz 2 Palti, Hawkins. Ja und die haben natürlich jetzt in den letzten Wochen alle eine ziemliche Rallye hingelegt. Fastenl hatte ich ja kürzlich erst vorgestellt. Ja viele Hausbauer, Bauunternehmen sind hier aktuell ziemlich weit vorne. S&P Global hatte ich ja auch kürzlich mal wieder vorgestellt. Ja und da seht ihr schon mal, was so hier aktuell in Frage kommt. Ja und wie gesagt, ich habe mich heute für das Unternehmen auf Platz 1 entschieden. Das ist aktuell Vertex Pharmaceuticals. Das ist ein führendes Biotechnologieunternehmen mit einer 30-jährigen Erfahrung. So und dann fangen wir auch schon mal an. Ja wie gesagt, das ist ein global aufgestelltes Biotech-Unternehmen, das sich der Entdeckung und der Entwicklung kleinmolekulare Arzneimittel zur Behandlung von schweren Erkrankungen verschrieben hat. Die Strategie des Unternehmens, die besteht aus der Vermarktung seiner Produkte sowohl unabhängig als auch gemeinsam mit führenden Pharmakonzernen. Die Produktpipeline von Vertex, die ist hauptsächlich auf Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und Krebs ausgerichtet. Vertex vermarktet beispielsweise Trikafta, das seht ihr hier ganz oben, zur Therapie von Mukoviszidose. Das ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Die Aktie, die fällt in den Healthcare-Sektor, und ist der Branche Biotechnologie zuzuordnen. Die Marktkapitalisierung, die beträgt 104 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist dann also schon ein großes Unternehmen, zählt damit zu den Big Caps. Das Geschäftsmodell von Vertex, das basiert auf der Forschung und der Entwicklung von Therapien zur Behandlung von seltenen Erbkrankheiten. Vertex arbeitet sehr eng mit patientenführenden Wissenschaftlern und ja auch medizinischem Personal zusammen, um bahnbrechende Therapien zu entwickeln, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion und Vermarktung von Produkten, führt das Unternehmen alle Schritte in Eigenverantwortung durch. Ja, und das ermöglicht es dem Unternehmen, die Kontrolle über den gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess zu behalten, um sicherzustellen, dass Produkte von höchster Qualität hergestellt werden können. Um die bestehenden Aktivitäten bestmöglich zu organisieren, ist das Unternehmen in verschiedene Sparten unterteilt. Dabei konzentriert sich die Forschungseinrichtung in Paris auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Mukoviszidose. Im abgekürzt CF und anderen seltenen Erbkrankheiten. Die Einrichtung in San Diego in den USA ist auf die Entwicklung von Behandlungen für Krebs spezialisiert. Ja, und dann gibt es noch Forschungseinrichtungen in Großbritannien und Kanada. Der Gesamtumsatz, der belieb sich im Jahr 2022 auf 8,9 Milliarden US-Dollar verteilt sich aktuell auf vier Produkte. Der größte Umsatz wurde im Jahr 2022 mit 7,68 Milliarden US-Dollar mit Trikafta erzielt. Dabei handelt es sich um ein revolutionäres Medikament, das 2019 zugelassen wurde und den Zustand der Patienten, die an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leiden, maßgeblich verbessern kann. Patienten müssen mit jährlichen Kosten von gut 300.000 US-Dollar rechnen. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Ja, und es ist klar, dass das für die meisten natürlich nur dann leistbar wird, wenn die Kosten entweder von Krankenversicherungen oder der Regierung übernommen werden. Schätzungen gehen davon aus, dass lediglich 12 Prozent der 162.000 weltweit Betroffenen das Medikament erhalten. Mehr als 60 Prozent der Umsätze werden aktuell in den USA. Erzielt ein Drittel der Umsätze entfällt auf Europa. Dabei hat sich Vertex einen sehr starken Burggraben mit Trikafta geschaffen. Warum? Denn das Patent ist bis 2037 geschützt und bislang gibt es kein anderes Unternehmen, das über eine wirksame Mukoviszidose-Therapie verfügt. So, gehen wir mal auf den Twitterfox-Qualitäts-Check ein. Und ja, und ihr seht, das Unternehmen bekommt die vorte Punktzahl, 15 von 15 Punkten. Dabei wird sowohl auf das Wachstum, die Profitabilität, die Volatilität und die Bilanz geachtet. Im Falle von Vertex, da sehen wir, dass das Umsatz und das EPS-Wachstum über die letzten fünf Jahre äußerst stabil war. Das Unternehmen, das wirtschaftet, gleichzeitig hochrentabel und die Nettogewinnmarge liegt bei starken 37 Prozent. Das Unternehmen, das weist keinerlei Nettoverschuldung auf und die Bilanz, ja, die ist einwandfrei. Bemängeln könnte man nun lediglich die Bewertung. Mit einem KUV von 11 und einem KGV von 30 ist die Aktie im Vergleich zur Peer Group etwas teurer bewertet. Das KGV, der Peer Group, das liegt bei 29 und das KUV bei 4. Allerdings würde mich persönlich die hohe Bewertung nicht wirklich abschrecken, solange die Wachstumsaussichten intakt sind. Wie ihr hier in der Abbildung sehen könnt, sind aus 1000 US-Dollar im Jahr 1991 inzwischen 90.335 US-Dollar geworden, was einer durchschnittlichen Performance von jährlich 20,18 Prozent entspricht. Die Wachstumsaussichten für das Unternehmen sind, denke ich, weiterhin vielversprechend, obwohl natürlich klar sein muss, dass die Wachstumschancen durch Trikafter den Zenit überschritten haben. Eine Marktsättigung scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. In diesem Fall werden dann die Medikamente zwar weiterhin hohe Einnahmen bescheren, jedoch würden neue Produkte da benötigt werden, um für Wachstum zu sorgen. Die Verlangsamung der Wachstumsdynamik hat sich bereits deutlich in den Fundamentaldaten offenbart. Im Fünfjahresdurchschnitt ist das Unternehmen um 29 Prozent gewachsen. Für das laufende Jahr 2023 rechnet Vertex mit einem Umsatzwachstum besser gesagt von knapp 10 Prozent auf 9,85 Milliarden US-Dollar. Ja, dennoch gibt es Zulassungserweiterungen für Trikafter. Erst am 23. November, also noch gar nicht lang her, erteilte die Europäische Kommission die Freigabe für Trikafter in Kombination mit KLD-Core für die Behandlung von Kindern zwischen zwei bis fünf Jahren mit cystischer Fibrose. Und zuvor wurde Trikafter im letzten Quartal bereits für diese entsprechende Anwendungsgruppe in den USA freigegeben. Äußerst vielversprechend ist daneben die Kooperation mit CRISPR-Therapeutics zur Behandlung von Sichelzellen, Anämie und transfusionsabhängiger Beta-Thalassemie. Bei beiden handelt es sich um erblich bedingte Krankheiten, wobei sich hier alles um den Wirkstoff Casgegi als innovative genom-editierte CRISPR bzw. Cas9-Zelltherapie dreht. Da wurde dann bereits am 16. November in Großbritannien für Casgegi die Lizenzierung gesichert, um diese beiden Krankheiten mit der weltweiten CRISPR-basierten Therapie zu behandeln. Insgesamt wurde die Zielgruppe für Casgebi zunächst mit 32.000 Patienten in den USA und Europa beziffert. Bloomberg rechnet hier von 2027 nicht mit mehr als einer Milliarde US-Dollar Umsatz. Umsatz sieht aber die Chance auf Spitzenverkäufe von 2,2 Milliarden US-Dollar bis ins Jahr 2030. Vertex soll 60 Prozent aller Erlöse erhalten, CRISPR die übrigen 40 Prozent. Am 13. Dezember, also erst letzte Woche, da konnte eine nicht-exklusive Lizenzvereinbarung für die Cas9-Genschere von Editas Medicine zur Behandlung bestimmter Blutkrankheiten gesichert werden. Vertex erhält damit Zugang für die Cas9-Gen-Editierungstechnologie für Ex-Vivo, Gen-Editierungsmedikamente, die auf BCL11a gehen in den Bereichen Sichelzellenanämie und Beta-Talassemie abzielen. Editas erhält hier die Chance auf insgesamt 100 Millionen US-Dollar mit einer Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar durch Vertex. Ja, und hinzu kommen könnten da weitere 10 Millionen bis 40 Millionen US-Dollar an jährlichen Lizenzgebühren bis zum Ablauf des Patents im Jahr 2034. Ich denke mal, dass diese Vereinbarung eine sehr wichtige Rolle für den Vertrieb von Casgevi darstellen dürfte. So, und dann gibt es aber noch Neuigkeiten, denn Vertex will mit FX548 ein spezielles Schmerzmittel für die Behandlung von postoperativen Schmerzen sowie schmerzhafter, diabetischer, peripherer Neuropathie, abgekürzt ist das DPN, auf den Markt bringen. Ich schaue gerade, man sieht es hier auch, genau Pain und da sieht er dann auch in Rot die Studienfortschritte. Ein spezieller Wirkungsmechanismus soll im Gegensatz zu bereits weit verbreitenden Opioiden nicht abhängig machen. Das ist natürlich sehr wichtig, indem ein oraler selektiver NAV 1.8-Inhibitor, der die Schmerzsignalisierung im peripheren Nervensystem blockiert, eben da angedockt wird. Laut dem Management können hier dringend benötigte neue Behandlungsmöglichkeiten für viele Millionen von Patienten angeboten werden. Vertex sieht hier eine Umsatzchance von etwa 510 Millionen US-Dollar für DPN, wurden am 13. Dezember positive Ergebnisse für die zweite Phase-Studie oder Phase-2-Studie veröffentlicht. Die Ergebnisse werden nun den Behörden vorgelegt, um VX 548 möglicherweise als entscheidende Entwicklung für DPN voranzutreiben. Das ist auch sehr, sehr spannend, sollte man unbedingt weiter beobachten. Dann komme ich mal noch zu den Risiken. Neben der vergleichsweise hohen Bewertung, hatte ich ja gerade angesprochen, und der Wachstumsverlangsamung durch Trikafta ist bei Biotechnologieunternehmen natürlich immer damit zu rechnen, dass es zu enttäuschenden Studienergebnissen kommt, was den Aktienkurs dann meistens ja auch zumindest kurzfristig belastet, weil schwerwiegender wäre dagegen, wenn die FDA bei den weit fortgeschrittenen Medikamenten in der Pipeline die Zulassung verweigern würde. Daneben muss beachtet werden, dass die Innovation von Vertex in der Schmerztherapie zwar vielversprechend ist, sich aber noch im Entwicklungsstadium befindet. Dennoch sehe ich persönlich bei Vertex mehr Chancen als Risiken, da das Unternehmen mit einer starken Pipeline aufwarten kann. Das Marktpotenzial in der Schmerz- und Gentherapie dürfte, denke ich, gewaltig sein, während die solide Bilanz beeindruckt. Das ist aber nur meine Meinung. Wie immer stellt das Video der Artikel natürlich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres oder Instrumentes da? Das ist einfach meine eigene Meinung. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt zum Schluss gehen wir aber noch auf die Kursentwicklung ein. Der Kurs von Vertex konnte in den letzten 10 Jahren von 50 auf 400 US-Dollar um 700% zulegen. Nach den positiven Studiendaten kam es Mitte Dezember zu einem Up-Gap und die Aktie erreichte bei 408 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Meines Erachtens bietet sich die Aktie einerseits aus kurzfristiger Perspektive für einen Trendfolge-Trade an, andererseits kann hier aufgrund der starken Fundamentaldaten auch langfristig über einen Einstieg nachgedacht werden. Wie ich finde, bei einem langfristigen Investment kann man sich natürlich auch über einen gestaffelten Einstieg seine Gedanken machen. So, was spricht denn zusammenfassend für und was spricht gegen das Unternehmen? Also für spricht Vertex ist ein klarer Marktführer bei Therapie von Zystischer Vibrose. Dann Vertex besitzt dadurch auch einen Burggraben. Es gibt vielversprechende Kooperationen mit CRISPR. Und der Kurs der Aktie notiert am Allzeithoch. Der Qualitätscheck ist mit 15 Punkten sehr gut. Dagegen spricht, dass die Aktie sehr hoch bewertet ist, dass es ja eine Wachstumsverlangsamung gab und dass die Innovationen bei Schmerztherapie ja noch ganz am Anfang stehen. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachten. Ihr hört wieder von mir im neuen Jahr. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Gut gehen, bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.